Ich hoffe, die werfen mir jetzt mal ein bisschen mehr Kacke ab, ja. Ich weiß ja gar nicht, was da abgeht, ja. Hallo liebe Slimer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Slime Ranch. Ja, ich kann jetzt mal endlich alle Tipps umsetzen, weil jetzt, ähm, ich hatte halt ein paar Folgen vorproduziert und, äh, konnte natürlich die Tipps nicht umsetzen. Und ihr habt bestimmt gedacht, Mann, ey, warum hört da auch keine? Okay, Tipp 1 war, beziehungsweise wir wissen auf jeden Fall, wofür die Dinger sind. Das haben wir schon rausgefunden, da, äh, werden die Dinger, äh, die Slime mal gefüttert. Dann gibt's welche, ähm, die können wir, glaube ich, noch gar nicht bauen. Gucken wir mal. Port Collector, 500 kostet ja. Das sind die Dinger hier, das sind nämlich genau die hier. Die Teile hier. Die hier. Ähm, wo wir das, ja, die Kacke quasi einfach so rausziehen können. Oder war das ein anderes Ding? Musikbox. Ne, das war hier der Fütterer. Der automatische Fütterer. Und hier war der, äh, ich glaube der Port Collector, wo man das Zeug da rausziehen konnte. Jetzt sammeln wir erstmal alles ein. Weil, wir haben ja noch keinen Einsammler. Oh, das Ding ist leer. Und mir hat man auch gesagt, ich soll mal ein bisschen, äh, drauf achten, wer was ist. Und das sieht man anscheinend an den, ähm, ja, wenn man hier auf die Slimes guckt. Das ist mir auch irgendwie nie aufgefallen. Und wir sollten mal, auf jeden Fall mal hier so Solar-Dinger hinbauen. Wo ist das Ding hier? Solar-Shield. 425, ey. Pff, wartet mal. Wir müssen jetzt mal noch ein bisschen Kacke produzieren. Wir haben gar nicht mehr so viele Dinger, die hier überhaupt Kacke produzieren. Die Hühner, die sind alle falsch hier. Die müssten wir eigentlich woanders anpflanzen. Beziehungsweise es gibt so, äh, Art Gärten. Ähm, wo die dann rein können. Die sammeln wir jetzt auf jeden Fall mal ein hier. Die Dinger. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein Solar-Shield. Sonst passiert da nix. Karotte will ich eigentlich nicht haben. So, davon sammeln wir alle ein, so viel es geht. So viel es geht, sammeln wir ein. 40 ist maximal. Karotten. Karotten brauchen wir Karotten. Nein. Brauchen. Nein, die sind voll. Äh, Tabby-Slimes hätte ich noch gerne ein paar. Laufen wir deswegen mal da hinten, kurz hinten hin. Ah, wir haben so viel zu Futter, ne? Und können das eigentlich gar nicht alles verwenden. Da ist ein Tabby-Slime. Und vielleicht laufen wir uns ja wieder nochmal ein Goldnis über den Weg, aber wir haben irgendwie kein Glück mit den Dingern, ne? Tabby-Slimes sind meistens hier. Da sind schon mal zwei. Da ist einer. Hier sind nochmal zwei. Am besten brauchen wir ein paar davon. Alter. Chillt nochmal. Und wir sollen am besten nur mal die Kacke noch kreuzen. Hier sind so viele Karotten, ne? Aber ich kann hier nichts mitnehmen, ne? Und man soll die Scheiße noch von denen fressen lassen. Das kommt auch noch dazu. Aber das wird alles hier so kompliziert, um alles in einer Folge zu machen. Deswegen werden wir alles nach und nach bearbeiten. Ah, die Bösen wieder, ne? Keine Ahnung, warum ich so viel Glück habe mit dem Bösen, ne? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht erklären, ne? Anscheinend passiert das bei den anderen YouTubern gar nicht, ne? Wir haben nur so Glück, bösen Slimes immer überrannt zu werden, ne? Aber, naja. Was bringt's, ne? Der muss natürlich schon zweimal damit anfangen, ne? Neu. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. 40 von den Viechern hier, von den... Ah, wir müssen auf jeden Fall... Aha, wir müssen die reintun, wo auf jeden Fall ein... Ähm... Sonnenschutz ist und ein, ähm... Ding, wo die nach unten gezogen werden. Das ist eigentlich hier. Sonnenschutz ist hier... drauf. Deswegen müssten wir die eigentlich woanders reintun. Können jetzt mal hier die Katzen reintun. So. So, die können jetzt mal sich futtern. Ähm... in die Karotten nicht. Die würden jetzt mal umsiedeln. Hallo? Schitt doch mal ein bisschen, Leute. Ich mach euch was Gutes. Aber wir müssen immer noch ein bisschen mit den alten Slimes arbeiten. Also wir müssen jetzt mit den alten, mit den Standard Slimes. Weil es im Moment gar nicht geht. Wir haben einfach zu wenig Platz. 40. Tun wir hier rein. 40 Stück sind schon viele. So. So. Warte mal. Die können wir verschießen. Haben wir ein bisschen mehr Platz für andere Sachen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohle. Da. Wir können die nochmal auf jeden Fall einsammeln. Hier sind auf jeden Fall einige unterwegs. Da. Oh, da kommen ja zu viele raus. Von mir aus gerne nochmal 40. Haben wir da 80 Stück da drin, ey? Kann das sein? Ey, 80 Stück? Das ist ja voll übertrieben, oder? Voll übertrieben. Treibt doch nicht mal. Kommen die alle da raus wie die Gestörten. Riecht heftig, ey. 80 Stück haben wir da drin, ey. Das ist ja voll krass, oder? Voll übertrieben, Leute. Hat das Ding eigentlich hier ein Solarding? Hat das nicht? 425 kostet das. Eigentlich war das ja der Platz für die. Normalerweise. Aber hier ist auch schon ein Solarsheet. Deswegen können wir eigentlich... Da steht auch jetzt oben rechts Fruit. Das heißt, die futtern die Früchte. Und man so... Das Netz machen die wohl auch irgendwann mal kaputt. Ich muss also aufpassen. Aber das Ding hält die doch nur also am Boden hier. Das... Das Saugteil. Das weiß ich nicht. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Können wir die Dinge auch irgendwie ausziehen, die Früchte wieder? Hier aus der Maschine. Schade, geht nicht. Kann man also so reinfüttern. Die essen alles. Also Beete können wir hier reinschmeißen. So. Was geht denn hier ab, ey? Kann man unsere Maschine verbessern? Das ist viel zu viel Kohle. Wir haben nicht so viel. Wir müssen das mal hier ein bisschen sparen. Wir haben im Moment keine Verwendung für diese Beete hier. 45 Minuten noch. Guckt euch mal so an, wie die sich stapeln. Die wollen hier verschwinden. Ganz klar. Die wollen alle abbauen, ne? Die Möhren sind fertig. Super. Die können wir direkt hier in den Autofeller reinschießen. So, das wird noch produziert. Und hier wird was produziert? Da haben wir noch gar nichts. Verdammt, ey. Wir haben hier kein... Ah, Mist. Eigentlich müssen wir die umsiedeln. Eigentlich müssten die alle hier rein. Aber da ist kein... Hühner. So viel Hühner, ey. Oh, what the fuck, ey. Und hier sind auch noch... Da machen wir mal unsere... Experimentent... Experimentent, sag ich schon. Experimentier-Ding, ey. Das heißt... Ich nehme das mal die hier mit. Davon können wir auch ruhig noch ein paar mitnehmen. Komm, alles... Alles voll. Wenn wir schon hier sind, können wir auch voll machen. Wie die auch alle herkommen, ne? Übertreibt doch mal. Richtig krass, ey. So, wir sind voll. Früchte müssen wir noch ein paar mitnehmen. Ne, euch können wir nicht mehr mitnehmen, Leute. Da oben müssten eigentlich noch ein paar Früchte sein. Aber nein. Karotten. Ich darf meine Karotten zu essen, Leute. Das sind meine. Ich wollte mir immer alles weg essen. Selbst in der freien Natur, ey. Da sind Karotten. Sehr gut. Okay, jetzt versuchen wir mal ein paar Dinger zu züchten. Ich hoffe, ich habe das alles richtig verstanden. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem, weil das wird dann ziemlich schief gehen. Ähm. Oha. Ja, die übertreibt doch mal nicht. Die wollen immer flüchten, ey. Verdammte. Die essen Früchte. Das war der feinste Futter. Mann. Oh, ne, 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 verdammt, ey. Verdammt, verdammt. Ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan, ey. Ich habe mich doch vertan. Meine Güte. So, die gehen hier rein. Alter, nein. Ich wusste es, ey. Das Netz ist kaputt. Ihr Schweine-Priest, ey. Verdammt, 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 verdammt. Wo kriegen wir die rein? Wir gehen, schießen die hier rein. Ah, dass die das Netz immer kaputt machen, ne? Das ist unglaublich. Was futtern die da eigentlich? Ach, das ist das Futter, was da drin ist. Bleib hier. Mann, ey. Das ist doch... Jetzt fliegen die weg, oder? Ja, tschüss. Okay. Hä? Pasta's? Da war nichts mehr drin. In der Kiste. Hey, die sind doch hier, ey. Boah, so schnell kann ich die gleich alle einsammeln. What the fuck? Vertreib doch mal nicht, ey. Verdammt, die haben das Netz zerstört, ey. Das sind doch einfach zu viele. Boah, du darfst das mal an, wie viele hier rumfliegen, ey. Das treibt doch mal nicht, ey. Ich bin voll überfordert, wie der... Neue Folge Slime Rancher und ich bin total überfordert. Nein, du gehörst nicht hier rein. So. Die gehörn hier rein. Das Ding gehörst da rein. Ähm. Boah, die werden gleich wieder geflüchten, ne? Ich kann ja mal einem so ein Ding reinschieben. Gucken, wie viel Kacke die jetzt liegen lassen. Boah, das wird richtig ballern, ne? Ist hier schon was? Okay, ein bisschen Kacke ist auf jeden Fall rausgekommen. Müssen wir mal gucken. Es ist schon 4 Uhr in der Früh. Hey, ne Pia. Boah, das ist ordentlich gekackt, ey. Was, wenn wir den hier... Das ist was, wir können ja den mal... Ne, die eigene Kacke fressen hier nicht. Wenn wir den hier die geben. Wissen die das? So, ein bisschen Kacke ist auf jeden Fall hier drin. Komm, esst mal alle hier. Ey, ihr zwei auch hier. Nein, die nicht. Ich hoffe, ich habe alle Tipps jetzt befolgt. Kein Vergessen, ne? Das geht relativ schnell runter, wenn man dann... Wenn man die ganze Zeit hier am Worken ist. Und sich um die Farm kümmern muss. Und dann denkt man sich... Wow, ey, ich habe doch die Hälfte vergessen, ey. Die versuchen wieder zu flüchten, ne? Come on, gibt es da keinen Trick, damit die da drin bleiben? Music Box. Verkaufen einfach mal. Ich kann auch, ob das was hilft. Hennen können zurück. Ah, verdammt. Okay, die sind fertig. Wir brauchen eigentlich hier so ein... 500 Kotter Ding, ey. Verdammt, die müssen wir das mal wieder produzieren, ey. Boah, die fetten... Das ist ein bisschen schwierig, ey. Wenn man... Ah, wenn man hier... Die Kacke nicht einsammeln kann, weil die ganzen Viecher hier vor sind, ey. Nein, bleib hier. Oh, bleib hier, bleib hier, bleib da, bleib da. Verdammt, ey. Das ist schwierig, ey. Eins nur? What the fuck? Verdammt, ey. Die brechen wieder aus, ey. Das ist nicht so gut. Äh, die Farm, ey, die läuft nicht von alleine, ey. Ich muss hier so viel tun, ey. Okay, wir haben 500, das heißt, wir können hier schon mal auf jeden Fall mal ein... Plot-Kollektor. Kaufen. Da sammeln wir übrigens die Kacke wieder ein, hier. Ja, macht der. Ach, der Hältige, das ist der Kackeinsammler. Das ist gar nicht hier das Ding, hier für... Ja, Leute, wie bist du rausgekommen? Können wir die eigentlich hier züchten, zusammen? Kommen wir einfach mal alle zusammen rein. Gucken, was da passiert. Oh, die sind alle tot. Auch gut. Toll. Ich hab schon wieder die Hälfte vergessen, ey. Tut mir auch leid, aber... So viel nachdenken, äh... Schadet mir anscheinend. Hier haben wir letztes Mal auf jeden Fall die Welt freigekauft. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Hühner unterwegs. Ganz, ganz viele Hühner sind hier. Futter war hier auch total viel, ey. Ich wusste gar nicht, wohin mit dem ganzen Futter. Hier einmal ein Tischläuft, da hat man hier keine Ahnung, wie viel eingesammelt. Da noch Früchte. Gühner waren hier auch eigentlich total viele, ey. Und gut hier allein. Hä? Hier war nix, oder was? Aussichtspunkt, oder was? Nein, 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 komm, komm. Ah, okay, aber schade, hier ist ja gar nichts. Nochmal drei. Hühner da vorne. Ja, es wird langsam, aber es wird auf jeden Fall. Zwar ganz, ganz langsam nur, aber immerhin besser als gar nicht. Hühner kommen da rein. Können wir so direkt füttern. Die können wir das hier. Ich hoffe, wir produzieren mal jetzt ordentlich mal was. Können wir eigentlich auch mal was. Können wir eigentlich abreißen, oder? Sprinkler. Aha, Sprinkleranlage. Die können wir eigentlich hier machen. Warte, 500, ey. Ich hab keine Knete, Leute, verdammt, ey. Woher soll ich die Knete nehmen? Sind doch verrückt, ey. Kacken die ordentlich wenigstens? Mann, ey, ich muss wieder neue Slimes holen. Wir brauchen viel mehr Slimes. Viel, 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 viel mehr Slimes. Karotten nehmen wir auf jeden Fall mit. Das brauchen wir nicht vor unserer Farm zu nehmen, ne? Ah, komm, ihr könnt auch mit. Ich kann euch immer noch verschießen, wenn es nichts sein muss. Karotten sind... Ah, noch nicht reif, verdammt. Ich dachte, da wäre ein Goldener. War hier nicht noch irgendwo Karotten? Hier, vorne. Ach, Mann, ey. Ja, den müssen wir auch mal füttern, aber dafür müssen wir erstmal die Farm anlaufen kriegen. Damit richtig, richtig die mal viel Kacke abwirft. Dann können wir das mal auch in Betracht ziehen. Vorher geht das gar nicht. Boah, hier sind mal so viele Früchte, ne? Das reicht dann erstmal für zwei Wochen, ne? Krass, ey. Guckt euch das mal an, wie viele Früchte hier rumliegen. Das ist halt schon krass. Ey, ich finde es schon extrem, ey. So. Nix, außer auf der Hühner. Kann man mal einsammeln. Kann man uns einmal die Hühner schnappen. Wenn hier schon alle aufgefuttert worden. Da oben waren auch ein paar Hühner. Da. Da noch eins. Ich weiß gar nicht, wann die Bösen immer kommen. Die kommen immer einfache. Die sind dann einfach da. Hey, wie sind wir hier? Da, Katzen brauchen wir auf jeden Fall. Katzen. Ey, wo bist du? Ich brauche Katzen. Boah, das sind wieder die Bösen, ey. Bist du dich doch mal, ey. Die vertrauen die eigentlich von mir, ey. Verdammt, das ist doch scheiße. Ich habe gesehen, glaube ich, hier. Ist nix, okay. Wasser. Oh, toll. Bringt das was überhaupt, wenn wir hier hochfliegen? Keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal aus. Komm, lad dich auf. Komm schon. Okay, jetzt sind wir hier oben, aber bringt uns nicht wirklich weiter. Und hier wird wieder abgemetzelt, denn mal wieder sind wir zu spät und am falschen Ort. Wir müssen irgendwie schneller produzieren, aber ich weiß nicht wie, ey. Ich weiß einfach nicht wie, weil es läuft einfach nicht. Mit den lilanen Slimes oder pinken, was auch immer das sein soll. Da dauert es ewig immer, was zu produzieren, ne. Die brauchen... ey. Jetzt nehmen wir mal Karotten. Nein, hat doch vor mir, vor meinen Augen aufgefressen. Der Sack. Hen Hen, 14 Stück. Tabby Slime. Pogo Früchte. Was können wir hier rein tun? Ich hoffe, die werfen jetzt mal ein bisschen in der Kacke ab, ey. Ich weiß ja gar nicht, was da abgeht, ey. Voller Hühner, aber die anderen sind tot. Kann mir mal einer erklären, warum die tot sind? Die Kätzchen. Was soll das eigentlich? Verstehe ich nicht. Gebrauchen. Können die mal füttern hier. Alter, groß. Die Großen werden auf jeden Fall größere Kacke produzieren. Macht irgendwie Sinn, ne. Kann ja mal ein paar von denen... Was? War's das? Ihr habt nicht mehr produziert? Euer Ernst? Die hier rein. Es. Na komm, iss doch mal die Scheiße. Ey, die Hühner brechen auch aus. Ich raste aus. Was soll das denn? Mann. Ja, viel haben wir nicht geschafft in dieser Folge. Eigentlich ziemlich wenig. Viel zu wenig meiner Meinung nach wieder. Viel zu wenig. Dann tun wir die, aber auf jeden Fall noch da hinten. Oh. Oh, ihr Ernst? Die Hälfte daneben geschossen. Die wollen ja auch echt ausbrechen, ne. Können wir denn auch mal... Ja, nur zerstören. Wir haben alles reingeballert, was geht hier. Und hier? Noch eine Musikbox. Haben wir aber keine Kohle für. Müssen wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen sparen. Und dann geht's auf jeden Fall weiter bei Slime Rancher. Und dann geht's auf jeden Fall weiter bei Slime Rancher. Und dann geht's auf jeden Fall weiter bei Slime Rancher. Und dann geht's auf jeden Fall weiter bei Slime Rancher. Und dann geht's auf jeden Fall weiter bei Slime Rancher. Und dann geht's auf jeden Fall weiter bei Slime Rancher. Und dann geht's auf jeden Fall weiter bei Slime Rancher.